Mai 2018. Raketen, die offenbar von Syrien aus auf die Golanhöhen gefeuert werden, auf das seit mehr als 50 Jahren von Israel besetzte Gebiet. Soldaten präsentieren am Tag danach die abgeschossenen Flugkörper. Die Grenzregion zwischen Israel und Syrien ist schon lange ein Zankapfel. Immer wieder gibt es zwischen dem jüdischen und dem arabischen Land Streit um die Golanhöhen. Wir wollen vier Aspekte betrachten, um den Konflikt zu verstehen. Warum sind die Golanhöhen für Israel so wichtig? Welchen Status besitzt die Region zwischen Israel und Syrien überhaupt? Und wer lebt dort? Außerdem klären wir, wo die politischen Fronten im Streit um die Golanhöhen verlaufen. Die Bedeutung der Golanhöhen liegt für Israel vor allem in zwei Dingen. Zum einen ist die Region strategisch wichtig. Die Golanhöhen sind ein Hochplateau mit Hügelketten. Von dort aus lassen sich weite Gebiete sowohl Israels als auch Syriens gut überblicken. Militärisch gesehen also ein sehr guter Standort, um sich vor Angriffen zu schützen. Zum anderen ist die Region bedeutend für die Wasserversorgung, denn viele wichtige Zuflüsse des Jordan entspringen dort. Wie hat sich der Status der Golanhöhen entwickelt? Nach dem Zerfall des Osmanischen Reiches wurde der Golan 1923 dem französischen Mandatsgebiet zugesprochen, zu dem das heutige Syrien gehörte. Syrien wurde 1946 unabhängig. 1948 wurde der israelische Staat gegründet. Immer wieder gab es danach Schüsse der syrischen Armee von den Golanhöhen auf israelisches Gebiet. Im Sechstagekrieg 1967 besetzte Israel den Golan. Viele Araber wurden vertrieben, jüdische Siedlungen gebaut, obwohl die Vereinten Nationen Israels Abzug forderten. 1974 wurde eine Pufferzone zu Syrien eingerichtet. Sie wird seitdem von UN-Soldaten kontrolliert. 1981 annektierte Israel die Golanhöhen, aber die meisten Staaten erkennen dies bis heute nicht an. Und wer lebt nun auf dem Golan? Israel hat seit der Besetzung zahlreiche Siedlungen gebaut. Inzwischen wohnen mehr als 20.000 Juden auf der Hochebene, zum Beispiel im Kibbutz Merum-Golan. Etwa genauso viele Araber sind auf dem Golan, etwa die Hälfte von ihnen lebt in Matschdal-Schams. Ihre größte Volksgruppe sind die Drusen, die sich in erster Linie immer noch als Syrer sehen. Das ist auch ein Grund für den andauernden Streit um die Golanhöhen. Die Drusen dort haben, anders als viele Drusen in Israel, nicht die israelische Staatsbürgerschaft, leisten deshalb zum Beispiel auch keinen Militärdienst und gehen nicht wählen. Emotional haben sie keine besondere Bindung zu Israel. International bleibt es dabei, die Annexion der Golanhöhen wird von den Vereinten Nationen nicht anerkannt. Nur die USA änderten ihre Meinung unter Präsident Trump. Er legte es schriftlich fest, die Golanhöhen sind für ihn formell israelisches Staatsgebiet. Die arabischen Nachbarn sehen das anders. Immer wieder wird der Golan von Syrien aus beschossen. Und was bedeutet das für uns? Deutschland trägt eine historische Verantwortung für Israel durch den Holocaust während der NS-Zeit. Deswegen tritt die Bundesrepublik in besonderem Maße für das Existenzrecht Israels ein. Existenzrecht meint aber das Recht des jüdischen Volkes auf den Staat Israel, nicht aber auf besetzte Gebiete. Das heißt, die Golanhöhen bleiben ein Streitpunkt zwischen Israel und der arabischen Welt und auch dem Großteil aller anderen Staaten. Er fängt eine andere Representation mit Ulb. Der hat entsprechende Veränderungen und von tous auf ideellen Kontrolle und der öffnen Namen an der HauptüEmpfrt x2005 Anhaltung rutsch Bitcoin Vielen Dank.